Hallo liebe Bitbull Trader und natürlich ein herzliches Willkommen auch an all diejenigen, die das noch werben möchten. Bitcoin tradet bei 68.230 US-Dollar. Wir haben jetzt hier nochmal ein Breakout nach unten gesehen. Das sind Bewegungen, was an einem Wochenende sehr untypisch ist für Bitcoin. Wenn das nämlich so jetzt hier besteht, wie wir das im Moment gerade sehen, bekommen wir ein Gap. Was genau ein Gap ist, das wirst du hier in diesem Video erfahren. Des Weiteren schauen wir uns natürlich heute wichtige Informationen auch nochmal an über unsere nächste Woche. Denn es sind jetzt nur noch wenige Tage. Dann kommt unser Fett-Zinsentscheid. Dann kommen auch unsere US-Wahlen. Die nächste Woche wird die Woche des Jahres. Bei Bitcoin, bei Krypto, als auch für die traditionellen Märkte, wie das Ganze dann hier auch bei der Liquidität aussieht. Und vor allem natürlich dann auch noch, wie sieht es überhaupt dann aus mit den nächsten Wirtschaftsdaten. Weil Wirtschaftsdaten kommen ja auch noch nächste Woche rein. Das schauen wir uns gemeinsam an und es gibt eine richtig geile Trading Competition hier auf Femex mit richtig geilen Trading Bonis und mit richtig geilen Preisen. Alle Links findest du unten in der Videobeschreibung und ich würde jetzt sagen, wir starten direkt rein. Let's go! Gut, ich glaube diese Situation zeigt im Moment ganz gut, dass wir jetzt im Moment noch nicht über dem Berg sind. Ich habe ja auch immer wieder davor gewarnt, vor möglichen Liquidierungsfixen als auch von nochmal Korrekturphasen, die in einem Bullenmarkt komplett normal sind. In einem Bullenmarkt ist es auch komplett normal, dass du mal 10% nach unten gehst, um dann wieder eine Konsolidierung zu finden, um dann wieder weiter nach oben anzusteigen. Welches Level wir jetzt nicht durchbrechen sollten und vor allem nicht durchbrechen dürfen, dass dieser Aufwärtstrend noch wunderschön intakt bleibt auf dem Tagesschart, das schauen wir uns dann auf jeden Fall gleich nochmal an. Jetzt gibt es aber erstmal die wichtigen Informationen für euch. Meine Positionen sind weiterhin offen, du siehst hier, meine Bitcoin Position läuft immer noch mit 12.500 Dollar im Profit. Ich werde dem Kurs heute noch die Zeit geben. Warum? Ganz einfach, weil Wochenendbewegungen eigentlich immer sehr, sehr gerne dann wieder am Montag, Dienstag, Mittwoch abgeholt werden. Vor allem, wenn wir ein Gap bekommen. Das schauen wir uns dann nämlich auch nochmal gleich an auf TradingView. Das heißt, ich gebe ihm noch ein bisschen Luft und Zeit. Solana sowieso, Solana ist im Moment knapp mit 15.000 Dollar im Minus. Ist noch alles entspannt, mein Liquidierungspreis sind da 86 Dollar. Das Ding bleibt weiterhin offen, weil auch wenn Bitcoin jetzt hier wieder die Kurve kriegt, wird auch Solana mitziehen. Und das ist ganz wichtig, dass ihr das versteht, Freunde. Ihr dürft jetzt nicht in Panik geraten, okay? Nicht in Panik verfallen, nur weil wir jetzt hier vom All-Time-High oder kurz vor unserem All-Time-High etwas rejected worden sind. Das ist in einem Bullenmarkt auch normal, dass man Reaktionen sieht im Markt. Ja, ich persönlich, bin ich auch ehrlich zu euch, ich persönlich hätte gedacht, wir sehen das All-Time-High, ungefähr 2.000 bis 3.000 Dollar drüber. Und dann kommt die Korrektur, die wir jetzt im Moment sehen. Habe mich da ein bisschen getäuscht, deshalb sorry dafür. Aber gut, ich bin auch nur ein Mensch. Ja, ich habe auch keine Glaskugel. Ich sage euch halt einfach nur, welche Wahrscheinlichkeiten einfach hier in dem Markt bestehen. Also völlige Transparenz einmal für dich hier auf meinem Kanal. Ich habe nichts zu verheimlichen. Dann schauen wir uns an. 98,9%ige Wahrscheinlichkeit, dass die Zinsen um 0,25% gesenkt werden. Und das an unserem Donnerstag. Das heißt, am Dienstag sind unsere US-Wahlen und am Donnerstag haben wir unseren Fett-Zinsentscheid. Wenn ihr Bock drauf habt, würde ich am Dienstag, wenn die traditionellen Märkte öffnen in den USA, auch dann hier einen Livestream ballern. Und dass wir uns gemeinsam einfach vielleicht 4, 5, 6 Stunden, I don't know, vielleicht sogar länger, einfach den gesamten Tag uns anschauen, was denn jetzt passiert. Ob es großen Einfluss hat auf den Bitcoin-Preis, je nachdem ob Harris oder Trump gewählt wird. Schreibt es gerne mal unten rein in die Kommentare. Und Leute, erstmal vielen lieben Dank für das Update-Video am Freitagabend. Das hat 18.700 Klicks, knapp 2.300 Likes. Auch heute kannst du diesen Kanal natürlich kostenlos abonnieren. Gerne auch unten was reinschreiben in die Kommentare. Und wenn du Bock drauf hast, kannst du natürlich auch gerne mal ein Like da lassen. Das unterstützt den Algorithmus. Schreib auch gerne unten was rein. Connecte dich gerne. Dafür ist die Kommentarfunktion da. Connecte dich mit anderen Traders. Und da schon mal vielen lieben Dank und herzlich willkommen. Falls du hier neu auf dem Kanal sein solltest, hier. Und herzlich willkommen und danke für dein Abonnement. Jetzt gehen wir aber weiter rein in die Analyse. Jetzt schauen wir uns das Ganze nämlich mal an. Wie sieht es denn jetzt aus mit unserer Liquidität? Die Liquidität müssen wir uns ja immer wieder anschauen. Denn bei der Liquidität ist es nämlich so, dass wir ganz genau sehen können, okay, wo ist es denn jetzt wahrscheinlich, dass die Market Maker den Preis hindrücken? Und wie du ganz gut erkennen kannst, ist es im Moment so, dass der Ausbruch jetzt hier in der Nacht nur deshalb gekommen ist, weil wir einfach hier unter uns verdammt viel Liquidität aufgebaut haben. Das lag zum einen daran, dass hier sehr viele Leute wieder long gegangen sind, als aber auch wieder sehr viele Leute short. Weil seit unserem 2.11.15.30 Uhr, schaut euch mal an, wie krass das Ganze sich hier oben aufgebaut hat. Und zwar bei 71.900 Dollar, wir reden hier von 359 Millionen Dollar. Und wenn man dann hier rüber geht, bumm, 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 sind wir bei 445. Also da sind mal kurz 100 Millionen Dollar dazugekommen, weil hier verdammt viele Leute short gehen. Und das ist nämlich jetzt auch das, was wir unbedingt brauchen. Wir brauchen Leute, die short gehen. Was ist jetzt meine Prognose? Ich gehe noch davon aus, dass wir durchaus das Potenzial hätten, noch eine kleine Etage nach unten zu fallen, um die restliche Liquidität hier unter uns zu fischen, bis sagen wir mal knappe 66.000 US-Dollar. Das ist erstmal so meine Prognose, wo dann erst wieder der nächste bei uns kommen sollte. Sowas ähnliches, wie wir dann hier gesehen haben. Werden wir dann sehen, ob das Ganze hier unten dann auch nochmal passiert. Also schauen wir mal. Wichtig auf jeden Fall jetzt erstmal, auf dem Tagesschart ist jetzt nicht allzu viel passiert. Wir haben noch kein tieferes Tief gemacht. Das schauen wir uns aber dann gleich nochmal im Detail definitiv an. Dann wichtige Wirtschaftsinformationen. Wie sieht es aus nächste Woche? Und zwar am Montag relativ entspannt, kommt nichts rein. Am Dienstag sind erstmal unsere US-Wahlen. Da wird es dann natürlich auch Prognosen geben. Das wird dann Auswirkungen auf den traditionellen Markt haben. Also der Dienstag sehr, sehr spannend. Jetzt kommt auch noch der Einkaufsmanager-Index rein. Und dann am Donnerstag Zinsentscheid und Erstanträge zur Arbeitslosenhilfe. Also da wird es spannend. Die ist jetzt auch hier. Prognose 4,75%. Das heißt eine Reduzierung um 0,25%. Dann kommt noch das FOMC-Statement, also eine Pressekonferenz. Auch da werde ich für euch komplett das Ganze live streamen. Wie du schon gemerkt hast, auch die US, also New York, hatte jetzt seine Zeitumstellung. Das bedeutet, die Börsen machen ganz normal, wie du es gewohnt bist, 15.30 Uhr auf und schließen um 22 Uhr. Das hat natürlich dann auch Einfluss auf unsere Bitcoin-Spot-IDFs. Das heißt, die Spot-IDFs werden jetzt nicht mehr um 14.30 Uhr bis 21 Uhr gehandelt, sondern um 15.30 Uhr bis 22 Uhr. Das noch als kleine Info für dich. Nicht, dass du dich dann wunderst, dass jetzt hier eine Stunde später der Markt auf einmal aufmacht. Dann gehen wir rein. Fear and Greed Index. Und Leute, irgendwie richtig strange, was da gerade abgeht. Und zwar, wenn wir es sich anschauen, im Moment sind wir bei knapp 74 Punkte. Ich aktualisiere das nochmal. Aber ja, wir sind bei 74 Punkten. Wir haben sogar nochmal zwei Punkte dazugelegt, obwohl der Kurs nach unten fällt. Und das ist nämlich genau das Thema. Es ist im Moment so, dass das auch kein Bullenmarkt-Top war. Woran zeichnet sich ein Bullenmarkt-Top aus? Ein Bullenmarkt-Top zeichnet sich aus, dass die Long-Positionen langsam verringert werden, auch durch die Wale und die Short-Positionen rapide nach oben steigen. Im Moment sehen wir aber einen kompletten Ausgleich der Long- und der Short-Position. Das heißt, wir haben im Moment so eine Putz-Situation. Deshalb tut sich hier bei unserem Fear and Greed Index dementsprechend auch nicht viel. Auch die Funding-Rates sind komplett gleich geblieben. Da haben wir keinen großartigen Anstieg, weil jetzt zig Millionen Leute Long gehen oder auch das gleiche dann Short gehen. Nein, es ist komplett ausgeglichen. Die Funding-Fees sind auf allen Börsen die ganze Zeit konstant. Und das zeigt für mich einfach nochmal, dass wir auch noch nicht das Volumen gesehen haben, was wir einfach brauchen, um dieses Breakout über unser All-Time-High erstmal zu schaffen. Dann noch eine kleine Information an euch und zwar, wenn ihr eh hier unter meinem Affiliate-Link registriert seid, ihr könnt heute dann auch hier wieder kostenlos teilnehmen. Das bedeutet, ihr habt noch vier Tage Zeit, um hier die Competition beizutreten. Wenn ihr eh tradet, ihr verliert da nichts. Ihr müsst da auch nichts zahlen, ihr müsst da auch nichts zur Verfügung stellen. Das heißt, wenn ihr eh tradet, könnt ihr hier gerne daran teilnehmen. Ihr seht, wenn wir hier zum Beispiel 200 bis 500 Leute reinkriegen, dann ist der Preispool hier 1440 Dollar für den ersten Platz und bis runter zum 25. Platz 96 Dollar an Trading-Bonus. Also wie geil ist das denn? Link findest du unten in der Videobeschreibung. Alles komplett for free für meine Community. Jetzt gehen wir aber rein, schauen uns das Ganze mal charttechnisch an, weil jetzt wird es spannend. Jetzt gehen wir nämlich mal rein und schauen uns an, was das mit dem Gap auf sich hat. Let's go! So, starten wir erstmal rein. Wir sind hier auf den 15-Minuten-Chart und da wird es jetzt richtig spannend, denn der asiatische Markt hat uns hier komplett runtergedrückt und das sind sehr untypische Bewegungen an einem Wochenende, speziell an einem Sonntagnacht. Das heißt, der asiatische Markt hat auch hier erstmal wieder etwas Profite realisiert, weil man natürlich nicht weiß, was dann nächste Woche am Dienstag passiert. Wird es Trump, wird es Harris, keiner weiß es. Auch der traditionelle Markt hat dementsprechend nochmal am Freitag eine Korrektur hingeballert, wie ihr hier ganz gut erkennen könnt. Also ihr seht, da sind wir auch noch nicht lange über dem Berg. Das heißt, es herrscht sehr hohe Unsicherheit im Moment, was natürlich klar ist, weil das ist ein Ereignis, was alle vier Jahre stattfindet. Und da ist natürlich dann klar, dass sehr viele Leute da draußen verunsichert sind. Wenn man sich das jetzt aber mal anschaut und jetzt auf den kleinen Zeiteinheiten erstmal analysiert, ist eigentlich genau das, was wir im Moment gebraucht haben. Sorry, dass ich das jetzt so blöd sage, aber was sieht man denn immer? Und zwar hatten wir auch hier erstmal eine Konsolidierungsphase, dann kommt der große, große Drop nach unten. Wir gehen wieder rein in eine Konsolidierungsphase, dann kommt wieder der Drop nach unten und das ist meistens der letzte Shakeout. Das heißt, wenn wir hier in einer Konsolidierungsphase dann davor immer nochmal sind und dann wir hier leicht nach unten gehen, das ist dann auch das, was ich auch immer wieder sage, Konsolidierungsphase oder wenn wir ganz leicht hier nach unten laufen, aber nicht so krass, sondern ganz leicht nach unten laufen, dann kommt diese letzte Bewegung nach unten, dann kriegen wir hier meistens einen doppelten Boden rein, dann wird die Bewegung abgeholt und dann schaut man, dass man in den nächsten zwei, drei Tagen hier oben wieder reinkommt. Das sind so typische Chartmuster, die man einfach kennen sollte und muss, weil genau so etwas passiert im Moment gerade. Jetzt ist es nämlich genau auch so, wir sind hier nach unten gefallen, Vektorkerze 1, Vektorkerze 2, Vektorkerze 2 komplett abgeholt, Vektorkerze 3 auch komplett abgeholt und jetzt, wenn du hier schon länger auf meinem Kanal bist, das geschulte Auge sieht nämlich jetzt folgendes, keine grüne Vektorkerze und das ist wichtig. Was heißt das? Hier wird gerade Spot akkumuliert ohne Ende. Das heißt, hier wurden gerade nicht große gehebelte Positionen aufgemacht, sondern sehr viel Spot auch gekauft. Wir sehen nämlich dann immer den Unterschied zwischen diesen Vektorkerzen, Rot und Grün, Blau und Lila zum Beispiel. Immer wenn sehr, sehr viel neues Kapital in den Markt reinströmt und dann halt auch sehr viel hochgehebelte Produkte reinströmen und somit sehr viel Liquidität bereitgestellt wird, dann ändern sich diese Farben. Wenn du auch diese Farben haben möchtest, also die Vektorkerzen als auch den Indikator mit diesen ganzen Informationen, die du hier siehst, komplett for free für meine Community. Link in der Videobeschreibung. Du musst dir nur einen Account bei Trade Mania machen und dann kannst du auch gleichzeitig noch bei der Trading Competition teilnehmen. Du bekommst Zugang zu unserem Discord-Server, du bekommst Zugang zu unserem Videokursmaterial. Alles for free. Du musst dir nur einen Account machen und that's it. Und jetzt ist es nämlich so, jetzt kriegen wir hier möglicherweise endlich das gute, gute Bullish-Reversal rein, worauf wir jetzt alle warten. Das Ding ist, wenn wir jetzt hier auch über den 50er EMA kommen und im Moment ist es einfach so, dass wir nämlich jetzt hier genau bei unserem, ist es Psi High oder was ist es hier? Ah, und so Bill High, genau. Also wenn wir jetzt hier nämlich drüber kommen und wir haben genau hier immer wieder das Problem gehabt, wenn wir da drüber kommen, geht es hier oben ganz, ganz schnell wieder rein, Richtung 69.000 bis 70.000 US-Dollar. Ja, aber am Wochenende, habe ich euch auch am Freitagabend noch gesagt, ist die Liquidität gering. Wenn du irgendwelche großen Moves dann machen möchtest, um einfach nur kurze Liquidation-Wigs reinzukriegen, um Liquidität zu fischen, dann machst du es als Market-Maker-Sicht meistens immer am Wochenende. Ja, aber dann geht es meistens nur kurz, das heißt runter, Konsolidierung und dann schnell wieder hoch. Also lasst euch da erstmal nicht beeinflussen. Dann 4-Stunden-Chart. Wie sieht es da im Moment aus? Der McD ist wieder im negativen Bereich, wie du hier gut erkennen kannst. Ja, wir hatten kein Bullish-Cross im Moment gesehen und voilà, schaut euch mal den RSI an. Der RSI ist gleich wieder auf unserem Überverkaufen-Bereich. Also auch da absolut Bullish, was das sein sollte. Sollten wir hier unten wieder reingehen in den Überverkaufen-Bereich. Das letzte Mal, wo wir das auch hier gesehen hatten, gab es einen massiven Pump wieder für unseren Bitcoin-Preis. Was jetzt sehr spannend ist, auch hier hat man nochmal gesehen, wir hatten hier noch einen kleinen Teil von unserer Vektor-Kerze. Die Vektor-Kerze hier unten wurde dann auch zu knapp 80% jetzt hier erstmal abgeholt. Unter uns ist jetzt nicht mehr viel. Da kommt die nächstmögliche Vektor-Kerze und größere Vektor-Kerze erst hier unten bei knapp 63.000 US-Dollar. Also Stand jetzt, ihr seht es auch hier, wir sind immer noch in einem wunderschönen Aufwärtstrend. Das bedeutet, wir machen keine tieferen Tiefs. Und solange das anhält, bin ich immer noch sehr optimistisch gestimmt. Dann gehen wir rein, schauen uns jetzt noch wichtige Informationen an. Und zwar, wie sieht es jetzt aus auf dem Tageschart? Und Tageschart ist natürlich jetzt nicht so geil. Ja, muss man ganz klar sagen, auf dem Tageschart ist es jetzt im Moment so, dass wir hier unter den wichtigen Support gegangen sind. Aber auch auf dem Tageschart seht ihr eins. Stand jetzt sind wir immer noch in einem Aufwärtstrend. Wir machen keine tieferen Tiefs. Okay? Es wird erst problematisch werden, wenn wir unter 65.000 Dollar fallen, so wie ich euch das auch letzte, beziehungsweise Anfang dieser Woche gesagt habe. Es wird erst problematisch, wenn dieses Level hier fällt. Wenn wir hier nochmal reinkommen, können wir durchaus das Potenzial haben, hier oben nochmal reinzugehen. Und dann müssen wir schauen, was dann hier passiert. Stand jetzt, Tageschart immer noch in einem sehr, sehr starken Aufwärtstrend. Dann würde ich sagen, gehen wir noch ganz kurz rein und schauen uns nämlich jetzt mal das Gap an. Was ist überhaupt ein Gap? Ein Gap entsteht dadurch, wenn Bitcoin am Wochenende eine Bewegung hinlegt. Warum? Weil nämlich die CME Futures, die von Montag bis Freitag ganz normal an der Börse gehandelt werden, am Wochenende nicht handeln. Das heißt, es ist eigentlich dann auch Handelsstopp wie im traditionellen Markt. Auch bei den Aktien kennt ihr das ja. Das fängt dann wieder an am Montag. Und genau so ist es auch bei den CME Futures. Und wenn wir uns das hier nicht mal anschauen, haben diese nämlich hier gestoppt. Du siehst es, das war hier am Freitag, der 1. November, haben diese dann hier erstmal gestoppt. So, machen wir das mal aus. Das brauchen wir erstmal nicht. So, und die andere Bewegung, was wir hier gerade im Moment sehen, auf dem Tageschart, beziehungsweise 4-Stunden-Chart war das, gehen wir hier mal ganz kurz rein. So, also hier hat das Ganze gestoppt. Und wenn man es sich anschaut, jetzt haben wir hier die andere Bewegung gesehen. Das heißt, Stand jetzt traden wir ungefähr bei 68.400 Dollar. Wenn wir uns das jetzt hier mal anschauen und schauen, wo die 68.400 Dollar sind, können wir nämlich hier mal kurz reingeben, also 68.400 US-Dollar, dann sehen wir, dass wir genau an dieser Stelle jetzt ein offenes Gap hätten. Jetzt stellst du dir die Frage, ja und, was bringt uns das? Ganz einfach. Wenn wir ein Gap haben, ist es so, dass diese Gaps von Bitcoin als auch im traditionellen Markt sehr, sehr oft geschlossen werden. Die Wahrscheinlichkeit liegt bei knappen 95%. Nicht alle Gaps werden geschlossen, aber ein sehr, sehr hoher Anteil. Und wie du hier gut erkennen kannst, zum Beispiel auch hier, hatten wir ein offenes Gap. Ja, nur mal ein Beispiel zu nennen. Hier hatten wir ein ganz kleines, offenes Gap. Was hat Bitcoin gemacht? Hat das Gap hier geschlossen und dann sind wir weiter nach oben gegangen, okay? Und jetzt wird die Sache halt richtig spannend, weil jetzt haben wir das erste Mal seit langen, 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 langen wieder ein Gap unter uns. Also das bedeutet, wenn man jetzt den 7i Futures so angeht, ist das Gap ja jetzt erstmal unter uns. Wenn wir morgen hier starten, irgendwo hier rein in dieser Zone, ist das Gap über uns mit einer hohen Wahrscheinlichkeit, dass Bitcoin das in der nächsten Woche höchstscheinlich wieder füllen wird, okay? Also was das angeht, ist das auf jeden Fall einmal ein sehr, sehr gutes Zeichen, auch wenn man es nicht glauben mag. Und auch hier unser Open Interest, wenn man sich das Ganze mal anschaut, ist auch rapide, rapide nach unten gefallen. Durch diese Bewegung hier noch am, ich glaube, wann war das? Am Freitag? Genau, am Freitag haben wir mal kurz bei Binance ein Open Interest von 644 Millionen Dollar rausliquidiert. Also das war richtig heftig. Sehr viele Leute sind hier natürlich dann wieder long gegangen und das sind die Market Maker Spielereien, wovor ich euch einfach jetzt in diesem Bull-Markt unbedingt warnen will, weil das wird immer öfter vorkommen. Das Open Interest hat natürlich jetzt richtig stark abgebaut. Ihr seht, wir haben jetzt hier eigentlich fast die Hälfte von dieser gesamten Bewegung, wo wir hier richtig stark angestiegen sind, vom Open Interest schon abgebaut. Das ist sogar mehr als die Hälfte, 75%. Also auch das ist ein absolut gutes Zeichen. Nichtsdestotrotz wissen wir natürlich nicht, was nächste Woche passiert. Das heißt, Augen auf, das ist die Woche, konzentriert euch drauf, lasst euch nicht in irgendwelche Positionen rein triggern, bleibt cool, lasst euch nicht von Emotionen leiten, das ist ganz wichtig beim Trading und dann schauen wir, was nächste Woche passiert. Ich versuche euch so gut es geht up to date zu halten und das ist die Woche. Wenn ihr sonst davor nicht so bei Bitcoin reingeguckt habt, bitte, bitte, bitte schaut ab Montag alle Stunde rein in den Preis und vor allem verfolgt die US-Wahlen. Das ist verdammt wichtig. Ich glaube, einmal alle vier Jahre, eine Woche lang kann man diese Zeit investieren. In diesem Sinne soll es das für das Video gewesen sein. Ich hoffe, dir gefällt es und eins noch sei dazu gesagt, auf dem Thumbnail habe ich noch den Gensler reingepackt. Warum habe ich den Gensler reingepackt? Ganz einfach, sollte Trump gewinnen, hat er schon gesagt, dass er Gary Gensler von der SEC feuern wird, was für uns absolut bullisch wäre, weil auch Gary Gensler ist ja die ganze Zeit gegen Krypto, gegen Krypto und so weiter. Wisst ihr ja, will ich gar nicht so krass aufblähen. Das heißt, wenn dieser Mensch dann auch weg ist und Trump einen kryptofreundlichen SEC-Chef ernennt, Feuer frei, dann kann es richtig knallen in den nächsten zwei, drei Monaten und darauf schauen wir auf jeden Fall. In diesem Sinne wünsche ich dir einen schönen Tag und einen schönen Sonntag. Heute Abend ballern wir noch einen Livestream raus. Q&A, hau rein, dein Basti. Ciao, ciao.